Unmenschliche Musik ist das erste von drei Mini-Festivals, mit denen wir im Rahmen des Anthropozellenprojektes am HKW versuchen, zentrale Fragen dieses Denkmodells zu klären. Wir präsentieren unter anderem als Berliner Uraufführung die Oper der Klingonen. Wir haben Jerry Demmers Spatial aka Orchestra, das unter anderem sich um die Musik des auf den Saturn geborenen Jazzmusiker Sun Ra kümmert. Wir haben etliche Installationen mit Computermusik, wir haben musizierende Roboter und einiges mehr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017